Super. Kann ich noch höher? Nein. Hey, das, was, was, die WTF? Das war, das fand ich jetzt echt reichs, dass du mich runtergezogen hast. Das fand ich schon nicht so nett. Ja, hättest es mir Sinn gegeben, weiterzulaufen. Ja, definitiv. Oh, wie cool. Kann ich da hoch? Ja. Das Haus, das in den Bäumen ist. Hier ist es. Oh, verdammt. Das Kind sollte hier sein. Woher könnte er sein? Ich. Ich sollte dich nachher suchen. Das war meine Frau. Ich verstehe es jetzt. Der Junge kommt hier, um seine Mutter zu erinnern. Ich verstehe es. Lydia. Was ist mit meiner Leiter passiert? Mein Leiter ist weg. Das Foto meiner Frau. Darauf ist auch ein Junge abgebildet. Sie liegt im Krankenhaus auf einem Bett. Anhand des Datums auf dem Foto ist sie vor der Katastrophe gestorben. Der Junge ist weg. Oh, die Leiter ist weg. Oh Gott, das war knapp. Ich hätte gleich sterben können. Ich hätte gleich sterben können. Das ist die einzige Schisserei geliefert. Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Ja, das lag einfach mal so mitten in der Stadt. Kann jemand passieren. Das Militär? Was kommt aus deinem Hause? Ich repeat, das National Geist demand... ... das ... 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 Ich habe schnelles. Oh, hey, hey, Ian. Yeah, you. You've gotten yourself into a real mood. It would seem like it. You gonna stay inside almost a minute? Maka? Who are you? That's not important enough now. Maybe you can reach the fire escape when it comes to your car. You don't really have a choice. Understand? I'll wait for you on the other one. Get out of there, idiot. Okay, ich vermute fast das war der Sohn, der Hubschrauber, mein Tod. Wie zum Teufel ist das passiert? Keine Ahnung. Ich hab einfach keine Ahnung. Das ist so weird. Ja gut, gehen wir hoch. Ich wollte eigentlich hoch springen, aber das können wir anscheinend vergessen. Doch, geht. Hat sich der Junge jetzt da gerettet oder lebt er da? Da ist er. Woher kamst du gerade? Bist du ein verrückter Mann? Dein Vater hat Angst vor dir. Ich sollte nicht das Radio benutzen. Ich bin sicher, dass er uns hört. Hm? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich glaube, das interessiert sie nicht. Wollen sie den Jungen? Der Junge war den, den sie gesucht haben, nicht unsere Freunde. Woher wollen sie denn wissen, dass wir drinnen sind? Woher wollen sie denn wissen, dass wir drinnen sind? Ja, lass mich stehen. Ja, lass mich stehen. Kein Bubbling. Das wäre doch voll die Munitionsverschwendung, wenn sie da noch uns suchen würden. Oh shit. Ähm. Wie bist du da hochgekommen? Wie bist du da hochgekommen? Ich bin ganz fit. So. Ich mein, die sind hinter dem Jungen her. Gut, wir sind auch hinter dem Jungen her. Auf positive Wagenweise. Lass mich in Ruhe! Du willst den Jungen! Shit. Ich muss mal kurz untersuchen, ja? Um aufzuschießen. Das Ausweis eines Renten. Irgendwas. Ich weiß gerade keine Zeit. Oh du Scheiße. Du warst gerade in Slow Motion. Was wollen die von mir? Was wollen die überhaupt von den Lebenden? The fuck? Okay, wir müssen den Zombie rufen. Die müssen denken, dass ich der Zombie bin. Anscheinend sind die auch so doof, dass sie denken, dass ich ein Zombie bin. Ich vergesse jedes Mal die Taste zu drücken. Immer dasselbe mit mir. 0-0-0. Da warten die Katpratzen. Wenn sie durch das Licht spüren, dann bin ich schuldig. Das habe ich gemerkt. Das hättest du, wo ich ein paar Sekunden früher sagen können. Hihihihihi. Oh, Medikid. Ah, brauche ich. Ich mache es zu schnell für dich? Oh, Medikid. Oh, Medikid. Geh. Ich gehe für dich zu schnell. Ich gehe für dich zu schnell. Oh, Medikid. Er geht. Er geht. Was ist denn von dem Zeug? Geh doch schnell hoch. Oh Gott. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Laufschlumpen. Genau. Genau. Genau so sieht es aus, wenn ich in der Apokalypse bin. Ich denke mir einfach, oh komm, scheiß drauf. Ui, 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 ui. Das ist nichts anderes, dass ich hier hinklaufe. Kannst du dich nicht ein Stück weit beeilen. Du weißt schon, dass es eigentlich ist. Du wirst glaubst, was ich mache. Tea Party. Bei meiner Schwester. Ah, cool. So viel dazu. Kriegen wir doch ein bisschen schneller hin, oder? Wurde auf mich. Alter, hör auf abzuspringen. Ich drück nicht mal eine Taste. Fuuuck. Nein. Ich hab das, ich hab das, ich hab das, ich hab das. Ja, ich hab Zeit aufgeholt. Oh Gott, das ist mir ein bisschen zu viel Action hier. Oh Gott, spring doch, spring doch. Oh Gott. Ist das der Ernst? Alter, muss ich das Ganze, muss ich, muss ich den Scheiß jetzt nochmal machen? Okay, alles gut. Ich glaub, die haben damit gerechnet, dass Idioten will ich dieses Spiel spielen. Okay, zumindest will ich den Heli los. Bis zum ersten. Die Rattenjungen hat uns auch verlassen. Das war übrigens nicht geplant. Im Schreckmoment bin ich nochmal weggesprungen. Was jetzt? Woll ich hier rauf? Ne, der. Okay. Ich vermute mal, Strom ist tödlich. Ach, komm. Also langsam wird's echt schwerer. Mit dem Überleben. Ich wette, ich wette, ich wette mit euch, da kann man einen richtig guten Speedrun draus machen. Ich meine, klar, einige Szenen sind dafür nicht geeignet. Viele andere dafür schon. Wo zum Teufel soll ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nein. Da ist Strom. Offensichtlich soll ich aber da rüber. Hä, was soll ich denn hin? Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, Freunde. Ich glaub, ich weiß, was ich hin soll. Es ist eigentlich simpel. Warum ich flüstere, ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich, weil ich ne Idee hatte. Ich möchte, dass jemand mir die Idee klaut. Ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber, was ich weiß, ist, dass wir uns auf ne Leiter ja drehen können. Wieso nicht hier auch? Verdammt. Ich muss diesen Kind finden. Er hat keine Hoffnung hier an seiner eigenen Seite. Ich bin nicht auf dem Platz. Ein Mann wird erlaubt, wenn du überleben willst. Ich bin nicht mal wirklich gut entlaufen. Ich habe euch so gut geholfen. Ich bin mehrmals gestorben. Mein Trempe, schlägt meine Gefahr! Befeuert für die Flucht! Okay. Eine langsame Treppe. Wunderschön. Genau das, was man bei der Flucht braucht. Eine Treppe. Befeuert für die Flucht! Wir haben unsere Trempe. Wo sind wir, Kind? Ja, ist klar. Oh Gott. Verdammt, so viele von den Pichern. Wuh! Okay. Ich vermute fast, ich sollte in den Schatten stehen bleiben. Okay, jetzt, jetzt wird es schwer. Ei, 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 ei. Zieh dich! Ich muss durch! Ups, ich muss doch nicht gleich den Kopf verlieren. Ah, kommt schon ein nächstes, ey. Oh Gott. Eben, schlägt mich! Ah, ich hätte die Zombies rufen sollen. Okay. Okay. Das ist... ...das scheint schon mal gar nicht so einfach zu sein. Wo bist du, Kind? Der Verdammte Dreckige Zombies Geht mir aus dem Bild, ganz ehrlich Jetzt drehen wir sie auf und dann drücken wir sie langsam zu Bleibt weg Dreck Wo bist du, Kind? das habe ich schon mal ohne schaden zu nehmen überstanden vielleicht sollte ich erstmal mal mit warten bis der kommt du hast doch beim letzten mal eine lady ist das dein ernst na komm, lenk sie ab, lenk sie ab das war random, das waren random Schüsse, oder? nein ich hab nur ein leben ich dachte, ich muss springen, das sah so hoch aus das sah so hoch aus komm, ok jetzt haben wir mit Schwackes hier durch cool direkt mal schaden bekommen bin ich gut sieh mich wieso hast du einen arm verloren ist aus dem weg du olle muss hier durch jetzt wird hier professionell gearbeitet ups das war schon mal sehr professionell das war die wegfetzen danke ok ok nur aber das war die wegfetzen wir haben nicht genug wir haben genug wir haben nicht genug wir können nicht mehr wir können nicht mehr hold up diese bengels ne Oh man. Dieser Bengel, ne? Eines Tages bedeutest du den Tod. Auch wenn du mich schon 50 mal gerettet hast. Wieso ist das hier so ruhig? Oh. Oh. Meine liebte Lydia. Hat sie hier gespielt? Da ist er. Eingewickelt in blutbeflecktes Papier. Der Anhänger meiner Tochter Lydia. Auf dem Papier steht in Kinderhandschrift geschrieben, folge dem Weg, den du mir gezeigt hast. Was meint sie? Jetzt plötzlich kannst du das. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Okay. What the hell is the matter with you? Why didn't you shoot? They almost killed me, dude. My daughter. I'm sorry. I saw her. There was no one there. Only the shadows behind you. Let's go. Through here. There we go. You did. love you. Vielen Dank.